Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ein Bergab-Video. Es geht hier ziemlich steil zur Sache und wir sehen hier auch gewaltige Sturmschäden, Windbrüche in rauen Mengen. Da hat es einige Bäume umgeschmissen, aber so ist es ein interessanter, wenn auch sehr steiniger Weg. Schaut sehr beeindruckend aus. Leider sieht man das wahrscheinlich nicht so sehr. Aber am Bild, wie ich das hier in der Natur sehe, ist es schon beeindruckend. Es geht sehr steil. Es ist alles hier schön steil, schön steinig, also wie man es sich beim Wandern wünscht, was die Kniegelenke auch glücklich macht. Die Schwitzen regelrecht. Gut, das war es. Kurzes Abschiedsvideo quasi. Also ich glaube nicht, dass ich noch eines machen werde. Das war es. Alles Liebe von unserer heutigen Wanderung. Wetter hat gehalten. Der Wind ist auch nicht mehr da. Niederschlag hat auch es gnädig gemeint. Also sehr, sehr gut. Ende.